Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo Krian. Ja gut, ich habe ein Magazin gelesen, hier ist noch eine Bandage drin und das Interessante ist natürlich ein Crafting Magazin. Haufen. Also du hast alles ins Inventar reinbekommen? Ja, noch ein Level 2 Claw Hammer, aber dafür, ich esse die Suppe kurz, die ich einstecken habe, dann passt das. Weil den würde ich schon gerne haben. Was ist das, noch zwei Bandagen? Wenn du zwei Bandagen gebrauchen kannst, ich meine, ihr könnt meine Old Sandwiches wegnehmen. Na, lass, ja oder so. Ich hätte sonst halt auch noch Platz gehabt. Achso. Weil ich habe Platz geschaffen. Gut, fahren wir nach Hause. Ja, ich würde jetzt tatsächlich einfach hier erstmal geradeaus fahren. Ja. Bis wir zum Trader kommen, fast schon. Dann eben mal gucken, was da so geht. Ja, wir können auch hier kurz eine Nacht bei Most Groceries pennen. Die Bewertungen sind nicht so gut. Ja, okay. Ne, dann fahren wir lieber weiter. Also ich brauche schon mein Good Night Sleep. Ich bin eben am Ende der letzten Folge in so ein Wasserloch gesprungen. Also was heißt gesprungen? Gefahren. Ich hatte tatsächlich kurz Schiss, dass das einfach so das Ende für mein Leben bedeutet. Oder mein Fahrrad besser gesagt. Aber, ähm, habe ich überlebt. Mit ein bisschen nassen Füßen. Dieses Grillen-Zirpen hier. Was hier auf jeden Fall gut ist, ich bringe mehr Munizierung mit, als ich, äh, mitgenommen hatte. Ja, so geht's mir auch, glaube ich. Ah, ne, mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Moment, ich kann ja hier was decken, ich habe einen leeren Inventar-Slot. Huch, was ist das denn hübsches? Military? Nee. Ranger Station Delta. Ah, ja stimmt, es waren ja einige Ranger Stations. Die wollten wir eigentlich auch machen, aber sind dann Richtung Wüste gegangen. Ja, die kannte ich auch noch nicht. Also die, äh, ich würde noch straight Richtung Westen, weil das Gelände sieht besser aus. Ähm, ja. Die hatte ich zumindest noch nicht aufgedeckt. Hier war doch der Nebel des Krieges. Ja, jetzt hier auf die Straße und dann fahren wir nach Hause. Schön ausräumen. Alles zurecht machen. Wie sich das gehört. Und dann gucken wir mal, machen wir mal Plänchen, wo wir als nächstes hinfahren. Eventuell mal... Bist du ein Dingo? Eventuell mal gucken, ähm, wie weit wir von, ähm, Moped entfernt sind. Wahrscheinlich bist du da näher als ich. Ja, zwei, dreihundert Jahre. Wobei, ich hab noch ein, zwei, äh, Car-Magazine gefunden gehabt. Wir müssen doch vielleicht ein bisschen doch, äh, Pass-and-Gas-Stationen looten. Weil da ist tendenziell ja Car-Loot. Und dementsprechend halt auch die, die, die Auto-Magazine. Auto 24, Auto 25. Ach, ich bin nass. Ja, das könnte dran liegen, dass ich schon die ganze Zeit durch Regen fahre. Ist ne Vermutung. Oder einfach nur, weil du Fahrrad fährst, ab und zu mal Gas gibst. Richtig. Auch das kann passiert sein. Oder weil ich in so einen kleinen Tümpel gefallen bin. Es gibt da viele Gründe, warum ich nass sein könnte. Und daher kommt es jetzt nicht so überraschend. Also, nächster Mal wieder bei uns daheim, sagst du? Ja, wollte ich grad sagen, ja. Macht, äh, glaube ich, mehr Sinn. Wir müssen auf jeden Fall dann noch mehr Zeit ins, äh, Sichern investieren. Dass wir ne breitere, breiteren Radius mit Spikes haben. Weil ich glaub, das wird sonst schon fies. Vielleicht sogar bei uns auch alles aufwerten, auf Stein. Ja, gerade gegen die Geiers. Richtig. Wir hatten ja erstens schon oben irgendwas mal drin gehabt. Huch. Das ist ein Screecher. Ist so lustig, ich seh nur das Fahrradfahren ohne dich, bis ich dich dann seh. Das dauert ne Weile. Boom. So, nehmen wir einmal alles mit, was wir hier mitnehmen können. Dann räumen wir mal aus. Ach, räumen wir dann mal aus, Kriel. Am schlauesten wäre es natürlich hier eigentlich einmal in die, die Zwischendinger zu räumen, aber... Fangen wir einfach mal an, einsortieren, 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 einsortieren. Wir müssen hier nochmal komplett umsortieren, hab ich das Gefühl. Also manche Sachen... Haben wir halt einfach inzwischen schon relativ viel. Also gerade bei Munition und so. Ja. Kriel, ich hab Wooden Bowes, hab ich mittlerweile, können wir Level 3er machen, hab ich gerade gelesen. Uh, nice. Dann kannst du ja mal machen. Ja, ich glaub, das Material muss ich nachher erstmal besorgen, sozusagen. So, hab ich hier, dann hab ich noch viel da drüben. Ja, da brauchen wir nämlich Leder, Kleber, Duct Tape, Crossbow Parts. Die sind ja nicht mehr so belichtet. Hier haben wir die ganzen Parts. Ähm... Regel haben wir da. Brass. Ah, ich wollte ja gucken wegen dem Mobbett. Dem Mobbett. Moto. Motorcycle. Ja gut, ich bin Level 18, ich brauch 45. Okay. Was ist das für ein Ding? Ja, das Autobuch halt. Wahrscheinlich hast du einfach nur geguckt nach Motorbike, gell? Genau. Und dann halt nach den Parts. Minibike. Chassis. Ja gut, ich bin 10. Ja. Wie viel hast du? 18. Ja, beim Part 120 für das Chassis. Bei mir stand gerade 40. Und die Handel war. Ah, ich hab aber auch nach Motorcycle geguckt, nicht nach Minibike. Ja, da fehlen mir nur zwei Level. Ich war beim Motorbike. Also das ist theoretisch, äh, demnächst machbar. Ja, dann... Weil ich find, Minibike ist halt schon... Würde reichen, denk ich. Also, nächste Horde auf dem Minibike. Ja. Ähm... Potenziell ja. Die Frage wäre halt, was bräuchten wir dafür? Was müssten wir noch alles organisieren? Schauen wir mal rein. Wir bräuchten... Ich seh's ja noch gar nicht. Also Reifen wie immer. Die, äh... Car-Batteries. Brauchen wir auf jeden Fall. Die Engines haben wir, glaub ich, schon. Ja, Engines haben wir einige. Für die Handlebars und die Dings braucht das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber wir haben ja unseren Beaker neuerdings. Den hatten wir ja vorher noch nicht. Oh, da werden hier direkt Magnochen eingekocht, sagst du? Äh, Beaker. Links oder rechts? Äh, links ist Beaker. Oh yeah, wo ist mein Clou? Wo ist mein Clou? Wir können hier auch noch... Äh, zum einen Wasser machen. Oh, ich brauch halt auch noch Wasser, um Kleber herzustellen. Ja gut, aber Wasser haben wir ja oben. Dann hol ich mir das mal und mach mal eine Runde Kleber. Und wir haben hier auch noch neun. Also, das sollte weniger ein Problem sein. Unser Kaffee-Croat übrigens noch. Ja. Äh, Bier. Kommt da unten hin. So, machen wir erstmal neun Clues. Sollen wir hier vielleicht mal noch ne neue Kiste machen und hier wirklich mal komplett wieder ausräumen? Ja, wir könnten hier... Haben wir nicht sogar auch noch eine Kiste? Äh, ja, links glaub ich in der Kiste. Ich glaub links in der Kiste ist ne Kiste. Guck mal, ob da links in der Kiste drin ist. Links in der Kiste ist ne Kiste. Also rechts in der Kiste ist keine Kiste. So viel kann ich dir sagen. Äh, ich tu's oben links in die Ecke machen, dass wir hier ne Wand mit Kisten haben. Ja. Hört sich für mich gut an. So. Was machen wir da rein? Nur Munition? Würde ich sagen. Oder Waffen? Waffen, Munition? Munition und Schusswaffen. Weil dann machen wir hier mal... Und auch eventuell das Crafting-Zeug für die Munition, oder? Ja. Schießpulver. Das macht durchaus in Schießpulver-Bullet-Cases und äh... Und Dings der Bums. Ich sage jetzt, würdest du auch Papier da rein machen wollen? Weil Papier brauchen wir theoretisch. Das ist wieder so ne... Gray Area. Ja, können wir uns äh... Entscheiden, wie... 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 Möchten. Warum hat der mein... Achso, weil... Weil wahrscheinlich kein Dings drin war, ne? Kein... Kein Brennmaterial. Ich tu auch mal die... Einfach meine Waffen da mit rein. Warum stellt er das nicht her? Ah, hier unten das... Jetzt stellt er das her. Okay. Ich war kurz beunruhigt. Weil er das nicht machen wollte. Das war's mit... Waffen- und Munitionskram. Ich tu auch die... Pipe dazu. Die Pipe-Bomben. Ich könnte sagen, das kann man doch bestimmt da einsortieren. Das ist Waffe. Das ist Waffe. Das ist Munition. Das ist ne Mod. Wir haben einiges an Munition, würde ich mal behaupten. Ja. Da kam einiges zusammen. Zuletzt. Ich nehm mir mal so ein bisschen Dosenfutter, um das hier unten mal wegzuschängen. Du kannst ja auch... Du kannst ja auch Ding nehmen. Wir haben auch richtiges Futter. Ich weiß, aber das Dosenfutter, weißt du, um die Kiste halt ein bisschen leerer wieder zu machen. Ach so, ja. Das ist eher so ein, ich ess das nebenher, um was zu essen und nicht, ich ess was... Baumaterial. Würde ich tatsächlich das Bicycle-Handle-Bar da noch reinpacken. Was bist du? Ein Trigger-Crew-Full-Auto-Mod. Ja, der kommt in die Mod-Kiste. Geld. Hallo, Ivera. Gehen wir hier nochmal wieder mit, dass wir wieder so einen Stack an Ding mit dabei haben. Sollen wir mal mit den ganzen Werkzeugen... Sollen wir die ganze Wäsche da vielleicht weg tun oder brauchen wir die ganzen Klamotten, die da sind? Oder machen wir eine Klamottenkiste vielleicht? Wir können eine Klamottenkiste machen, wir können wegen mir aber auch den Großteil davon einfach wegscrabben. Ja, vielleicht lassen wir mal doch so eine Klamottenkiste, auch wo Rüstung drin ist und so. Okay, dann machen wir eine Klamottenrüstungskiste. Für den Fall, dass wir eben sterben und wieder her, sondern dass wir halt so ein... Und es da wieder ausstatten können quasi. Ja, ich mach mal eine neue Writable-Box. Mach das. Eventuell müssen wir dann dem nächsten Tag mal Steine und Clay sammeln, dass wir hier Cobblestone alles aufwerten. Ja. Konnten wir mit dem Beaker, können wir noch keinen Zement machen, ne? Nee, da brauchen wir einen Zementmischer für. Genau. So, ich hol mal gerade noch ein bisschen Holz und gleich auch noch ein paar Steine, dass ich mal meine Federn noch in Arrows verwandeln kann. Wobei, ich sollte vielleicht auch mal... Ich werde mal kurz mir unser Geld schnappen und zum Trader fahren, einfach um zu gucken, was er für Magazine aktuell im Angebot hat. Ja, ich denke, es macht schon Sinn, dem immer brav die Magazine wegzukaufen. Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man oben die Rüstung hat, unten die Kleidung. Warte mal, dann kannst du hier vielleicht noch so ein bisschen von der Gammelkleidung mitnehmen, wovon wir viel haben. Ähm, ich schmeiß die mal hin. Ja. Davon haben wir viel... Davon haben wir jetzt... Ich würde von jedem zwei aufheben. Ja. Äh, ja, das war's auch schon. Türiere ich hier noch einen Code. Ja, nehm ich auch. Weiß nicht, ob der so auf Secondhand-Klamotten steht, aber... Oh, je. So, dann haben wir hier verschiedene Kleidungsstücke. Ab zum Trader! Für jeden so ein Set zum Tragen potenziell. Alter, die Hühnerpopulation ist, äh, harter Reisen hier. Ah, das hätte ich ja auch noch mitgeben können. Nein, egal. Zu spät. So, und dann haben wir nämlich hier jetzt einfach nur Werkzeuge. Hallo, Zombie-Dame. Das ist noch Waffe. Das ist Waffe. Das kommt dann hier hoch. Eventuell alles ein bisschen... Ja. Zusammenpacken hier. Ich bin auch kein großer Fan von diesen, ähm, Iron Arrows und Steel Arrows. Ich finde, die sind zu teuer. Ja, wegen mir kann man die auch scrappen. Jetzt scrappen würde ich nicht unbedingt. Ich meine, wir können sie ja nutzen, aber... Ja, nicht extra produzieren zumindest. Ja, ich finde, die sind einfach... Die sind es nicht wert. Ja, und ich sage mal so, lieber investiert mal das Zeug in Patronen. So. Jetzt haben wir hier Werkzeug oben. Hey, Trader, man. Wir haben noch einen Dreier. Uh, für 5,1 kann man beim Trailer eine Minibike-Cassies kaufen. Ähm, so, wie verkaufe ich nochmal mit Rechtsklick? Messer. Die beiden Prügel würde ich eigentlich sogar auch wegschmeißen, ehrlich gesagt. Oh, die Puffet-Code hat am meisten noch gebracht. Die können wir, glaube ich, scrappen. Diese Pipe-Battons, die waren ja eh kacke. Die scrappe ich. Mit. Die waren absolut nutzlos gefühlt. Improves Shotgun-Crafting-Skills. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann haben wir hier zweimal die Mod, die leider nicht übereinander stacken gehen. Holen wir uns mal die Shotgun-Wiklis. So, wir haben zwei Reifen. Guck mal, wir haben hier auch Motor. Dann tue ich da auch die Batterie rein. Davon fehlt auch noch eine. Und wir haben auch bis jetzt nur eine Gammel-Batterie. Also da brauche ich mir auf jeden Fall noch eine bessere. Wenn die noch wichtig sind. Fürs Minibike braucht man auf jeden Fall eine LED-Car-Batterie. Ja, ja, davon haben wir eine. Okay. Ich glaube, es gibt nur die eine Art. Ich kann dir jetzt eine Shotgun-Level-4 basteln. Uh, nice. Also eine Piped-Shotgun. Immer noch langsames Laden, aber... Ich denke mal, so die Waffenmagazine, Medizin... Und so, das sind die ersten, die halt... ...wirklich Sinn machen. Den haben wir kurz in den Haufen gehauen für die XP. Ich meine, wenn die XP hier frei rumlaufen, dann muss man sie nutzen. In den Steinkörer. Wobei, wir können... Wir haben eine Iron-Pickaxe oder wir können sie herstellen? War da nicht was? Wir haben auf jeden Fall Eisen-Pickaxe, ja. Ja, okay. Dann verschwinde ich jetzt meine... ...meine Steinaxt nicht darauf, auf Steinen drum rauf zu hauen. Weil da gibt es ja dann effektivere Methoden. Also, ich kann einen besseren Bogen mittlerweile herstellen, eine bessere Shotgun. Sie frage gerade mit dem Bogen, ob das Sinn macht, da jedes Level mitzunehmen oder ob wir aufs nächste Level warten. Hier noch Medizin. Ich mag das tatsächlich, wenn man die Leute mit einem Schlag vom Sledgehammer umhaut. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Kleinen Honig mal? Nö. Dann haben wir noch mehr Klebe. Und hier die Tageskriege. Ja, die Essenskriege hat an sich auch so ein bisschen uncool gefühlt. Ja, weil da zu viel Dosenfutter drin ist. Ja, und auch so... Nein, das Ding ist halt eher... Das Wasser steckt nicht wirklich hoch und so. Wir müssen auch bald wieder Tee sammeln gehen. Würdest du mir die Pickaxe runterschmeißen? Ja. Gelben brauchen wir. Roten würde ich eher nehmen, oder? Bist du... Wo bist du jetzt hin? Ich laufe hier der Gegend. Ich ernte hier gerade die Chrysanthemen. Ich fange sie, ich fange sie, ich fange sie. Au. Sehr schön. So. Kochen wir hier nochmal ein bisschen Tee ab. Weil hier tatsächlich hier drüben ist eine Bleimine. Und der würde ich mich mal noch ein bisschen austoben. Weil ich glaube, da gibt es ja auch Steine für meine Pfeile. Ihr Kroat noch. Wasser ist... Eins fertig. Zwei fertig. Out of stamina. Der ist auch gleich fertig. Auf den warte ich noch. Und dann denke ich, haben wir mal, wie sie hier... Wie sie aufgeräumt, umgeräumt. Vor allen Dingen. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe weder Essen noch Trinken jetzt noch dabei. Egal. Ich bin ja noch bei der Base. Na komm, wird voll. Ja, und dann würde ich sagen, alles erst mal aufwerten hier, oder? Wäre auf jeden Fall eine Option. Frage ist, machen wir ein Dach nochmal auf unser aktuelles Dach? Dass man die Dew-Collector beschützt, oder? Hm. Ich würde fast das Risiko eingehen, es nicht zu tun. Weil die... Ich sage mal so, bei jedem Trader mittlerweile verfügbar sind die Water Purifier. Das ist ja nicht mehr unbedingt das Teuerste. Aber, ne, ob das so die weiseste Entscheidung ist, weiß ich halt nicht. Das kann ich dir halt so nicht sagen. So. Oh, ich gönne mir jetzt mal den Kaffee hier zum Farmen. Oh, ich gönne mir den Kaffee nicht mehr. Es ist 21 Uhr. Also 21 Minuten. Die Folge ist vorbei. Ja, ich würde sagen, 21 Uhr ist es nicht. Richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye, bye. Auf Wiedersehen.